Hallo zusammen, ich bin Arjon, das ist der Cedric, wir arbeiten im Betrieb Heusermann Metall GmbH als Logistiker und heute zeigen wir euch den Alltag im Betrieb. Kommen doch mal mit. Der Vorteil in dieser Firma ist, dass man immer begleitet wird, bis zu einem Punkt, wo man selbstständig arbeiten kann und dann auch wirklich selbstständig arbeiten kann. Mir gefällt am besten das Arbeiten im Team und das Staplerfahren gefällt mir auch sehr, da habe ich immer viel Spass daran. Das Wichtigste, was man für die Lehre mitbringen muss, ist eine gute Zusammenarbeit im Team und dass man interessiert ist für den Beruf und auch für die Firma. Mir gefällt am besten, dass ich mit dem Stapler fahren kann, das gefällt mir sehr und dass ich auch selbstständig rüste und kommissionieren kann. Also im ersten Lehrjahr sollte man dort helfen, also man lernt rüsten und kommissionieren. Im zweiten Lehrjahr schaut man wahre Eingang und wahre Ausgang an und im dritten Lehrjahr ist und man ist eigentlich mehr selbstständiger. Das war unser Alltag. Wenn es dir gefallen hat, bewirb dich doch noch heute. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Untertitelung. BR 2018